Wir neigen oft zu der Vorstellung, die Welt drehe sich um eine kleine Gruppe riesiger Supermächte, die die Fäden in der Hand halten. Die Vereinigten Staaten, China, das Vereinigte Königreich, bis vor kurzem vielleicht Russland und in Zukunft eventuell Indien. Aber was wäre, wenn ich Euch sagen würde, dass es viel kleinere, teilweise scheinbar unbedeutende Länder gibt, die plötzlich gigantischen Einfluss auf globaler Ebene erlangen? Was wäre, wenn wir dabei über Länder sprechen würden, die weder die reichsten der Welt sind, noch unbedingt Atomwaffen, große Armeen oder eine große Bevölkerung haben, es aber dennoch fertigbringen konnten, sich eine Nische auf dem internationalen geopolitischen Schachbrett zu schaffen? Meine lieben VisualPolitik-Zuschauer, in diesem Video zeigen wir Euch Beispiele einiger Länder, die trotz ihrer geringen Größe alle Dimensionen überschreiten können. Doch zunächst wäre es nicht unangebracht, den ultimativen Schlüssel zu diesem neuen Einfluss zu beleuchten. Wir sprechen von der sogenannten Soft Power. Und diese kann viel wichtiger sein, als ihr vielleicht denkt. Man könnte sagen, dass diese Art von Strategie oder Macht darin besteht, Menschen auf der ganzen Welt zu beeinflussen und zu überreden, bestimmte Ziele zu verfolgen, ihre Ideen, Gedanken und Überzeugungen subtil zu beeinflussen. Und um dies zu erreichen, werden Elemente wie Kultur, Werte, Innovation, Sport, Diplomatie und sogar Philanthropie eingesetzt. Soft Power ist das Gegenteil von Hard Power, die durch Zwang, die Anwendung von Gewalt oder Drohungen und wirtschaftliche Erpressung ausgeübt wird. Eine Art von Macht, bei der es nicht sonderlich überrascht, dass ausgerechnet die Großmächte bei ihr große Vorteile haben. Mit anderen Worten, während harte Macht von Gewalt abhängt, beruht weiche Macht auf Überzeugungs- und Anziehungskraft. Über den Einfluss von Hard Power und militärischer Präsenz haben wir schon in vielen Videos gesprochen. Das ist, wie ihr alle wisst, ein wiederkehrendes Thema bei VisualPolitik. Worüber wir jedoch selten gesprochen haben, ist, wie ein Land seine Relevanz und seinen internationalen Einfluss ausbauen kann, indem es auf Überzeugungsarbeit setzt. Das kann auch ein echter Rettungsanker für die Unternehmen und die Exportprodukte des Landes sein. Und glaubt mir, das ist kein Scherz. Viele Länder sind bereits dabei, diese Art von Einfluss zu entwickeln. Also lasst uns herausfinden, welche Länder durch Softpower in der Lage sind, mit den Großmächten zu konkurrieren. Und wie genau sie das eigentlich anstellen. Meine lieben VisualPolitik-Zuschauer, wir werden uns jeden Aspekt dieses Ansatzes ansehen. Und wisst ihr was? Wir werden ihn mit konkreten Beispielen veranschaulichen. Lasst uns aber vorher noch einen wichtigen Werbehinweis unseres treuen Sponsors Surfshark einspielen, damit wir danach sofort fortfahren können. Denn Surfshark VPN ist ein wirklich empfehlenswertes und sicheres VPN, welches zum Beispiel keinerlei Verbindungsdaten mitlockt. Natürlich kann ein Virtual Private Network uns VPN ein nicht vor allen Gefahren schützen, dem es lauert. Man muss nach wie vor Umsicht walten lassen und wissen, was man tut. Aber es stellt hierfür ein Werkzeug mit gleich mehreren Vorteilen dar. Zum einen erschwert es, in Kombination mit anderen Vorkehrungen eure Aktionen im Netz nachzufolgen und abzuhören. Mit Hilfe verschiedener Sicherheitsfeatures könnt ihr so eure Anonymität im Netz erhöhen, zum Beispiel mit dem integrierten CleanWeb, das alle unerwünschten Cookies und Pop-Ups blockt. Weiterer Vorteil eines VPN ist, dass ihr so tun könnt, als wäret ihr an einem anderen Ort. So könnt ihr zum Beispiel auf Webseiten und Internet-Dienste zugreifen, die in dem Land, in mir gerade seid, nicht verfügbar wären, ob daheim oder im Urlaub. Damit schlagt ihr Zensur und Geoblocking ein Schnippchen. Netflix und andere Streaming-Dienste, die ihre Inhalte nur in den USA anbieten, von Europa aus nutzen oder deutsches Internet-Fernsehen im Ausland gucken, mit Surfshark kein Problem. Aber das ist noch lange nicht alles. Denn mit nur einem Surfshark-Konto könnt ihr wirklich alle eure Endgeräte im VPN registrieren. Handys, Notebooks oder sogar euren Smart-TV. So, und wenn ihr den Rabattcode Politik.de angeht, bekommt ihr von Surfshark auch noch einen Rabatt in Höhe von 83% und obendrein die ersten drei Monate gratis dazu. Den Link zu diesem Angebot findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Also, nichts wie los, besorgt euch Surfshark und greift damit gleichzeitig uns finanziell unter die Arme. Das könnt ihr übrigens auch direkt mit Hilfe des Spendenlinks, den ich euch ebenfalls in die Beschreibung gepackt habe. Wir sind euch für jede Unterstützung dankbar, denn damit helft ihr uns, euch in Zukunft noch mehr und noch bessere Videos zu liefern. So, und nun lasst uns zu einer Reise aufbrechen. Als erstes sehen wir uns die aufstrebende Kulturmacht Südkorea an. Aufgepasst! Aufstieg der K-Power Eines der Länder, das in letzter Zeit seinen internationalen Einfluss am stärksten ausgebaut und sein Image verbessert hat, ist, ja, in der Tat, Südkorea. Sicherlich kein kleines Land, außer vielleicht der Fläche nach, aber auch nicht gerade vergleichbar mit Riesen wie China oder den Vereinigten Staaten. Hier auf VisualPolitik haben wir schon in mehreren Videos über Südkorea gesprochen. Wir haben über politische, wirtschaftliche, militärische und sogar soziale Themen gesprochen, aber wir haben nie erwähnt, wie dieses Land zu einem der beliebtesten Länder der Welt geworden ist. Ihr alle habt sicher schon von K-Pop oder koreanischen Serien gehört, die Netflix im Sturm erobert haben, wie zum Beispiel The Squid Game. Aber lange vor all dem, bevor Gangnam Style für lange Zeit das meistgesehene Video auf YouTube wurde, bevor Gruppen wie BTS oder Blackpink die Welt eroberten und bevor der Film Parasite vier Oscars gewann, hatte die sogenannte koreanische Welle bereits den asiatischen Kontinent erobert. Vielleicht sind einige von Euch durch all das ermutigt worden, koreanisches Essen zu probieren. Eine Küche, die ebenfalls immer mehr an Beliebtheit gewinnt. Kino, Musik, Kultur und Gastronomie. Das mag uns vielleicht nicht als besonders bedeutend erscheinen. Aber ist es nicht erstaunlich, dass ein verhältnismäßig kleines Land wie dieses einen solchen globalen Einfluss hat? Habt Ihr zum Beispiel schon mal über die Autos nachgedacht, die systematisch in koreanischen Fernsehserien auftauchen? Wenn nicht, dann schaut mal nach. Aber es sind fast immer entweder Hyundai, Genesis oder Kia. Man könnte fast von einer Mega-Werbekampagne für einen der wichtigsten Industriezweige des Landes sprechen. Und natürlich reden wir nicht nur über Autos. Aber auch das ist nur ein Aspekt dieser riesigen globalen Werbevorstellung. Im Falle Südkoreas ist diese Art der Aufmerksamkeit nicht aus dem Nichts gekommen. Ganz im Gegenteil. Wir könnten so weit gehen zu sagen, dass dies seit mehreren Jahrzehnten ein Teil der staatlichen koreanischen Strategie ist. Einige Experten sind der Meinung, dass die Unterstützung durch die Regierung der Schlüssel zum sogenannten Hallyu war, der koreanischen Welle kultureller Inhalte, die in den 1990er Jahren aufkam. So kündigte der damalige Präsident Kim Dae-jung 1998 den ersten Plan zur Unterstützung der Hallyu-Industrie an. Ziel war es, die Kulturindustrie anzukurbeln und sie zu einem großen Aushängeschild für das ganze Land zu machen. Und ich garantiere euch, das war nicht nur heiße Luft. In nur drei Jahren verdreifachte sich das öffentliche Budget für die Kulturindustrie. Der Erfolg war so durchschlagend, dass die nächste Regierung, die von Romoyang, die Investitionen in die Kulturindustrie weiter erhöhte. Es wurden sogar mehrere Gesetze erlassen und Regierungsstellen eingerichtet, die ausschließlich der Förderung dieser kulturellen Inhalte innerhalb und außerhalb des Landes dienten. Aber ich weiß, was ihr denkt. Wenn es so einfach wäre, man einfach nur Geld in die Hand nehmen muss, dann könnten viele andere Länder das doch auch tun, oder? Und damit habt ihr natürlich recht. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Tatsächlich ist es so, dass in diesem Fall der Schlüssel zum Erfolg der koreanischen Welle nicht wirklich der wirtschaftliche Beitrag der Regierung war, sondern vor allem die Qualität der Inhalte und die Tatsache, dass der Prozess vollständig von privaten Unternehmen und Produktionsfirmen geleitet und verwaltet wurde, die auf Profit aus waren. Sagen wir einfach, dass die Regierung in diesem Fall eine ähnliche Rolle gespielt hat, wie der Staat Israel bei der Förderung von Technologieunternehmen. Darüber haben wir zum Beispiel schon in mehreren Videos sowohl auf VisualPolitik als auch VisualEconomik berichtet und ich werde sie euch verlinken. Das heißt, der Staat stellte das Geld zur Verfügung, um die Industrie zu unterstützen, überließ ihr aber die gesamte Kontrolle. Und zwar mit einer ganz klaren Prämisse. Sie mussten aus eigener Kraft wettbewerbsfähig werden. Das heißt, sie mussten so viel Geld wie möglich verdienen. Und so förderte der Staat nach und nach einen Sektor, der ihm viel internationale Aufmerksamkeit bringen könnte. Seht's euch an! Kultur hat sich als unverzichtbares Element für die Wettbewerbsfähigkeit einer Nation und als wirtschaftliche Ressource erwiesen. Die einen Mehrwert schafft. Um mit diesem sich wandelnden globalen Umfeld Schritt zu halten, hat Korea die Kulturdiplomatie zu einer neuen Säule seiner Diplomatie gemacht. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, dass sie dies sehr ernst nehmen. Das südkoreanische Außenministerium führt zum Beispiel Untersuchungen über den Einfluss von Halyu in jedem Land durch und fördert auf der Grundlage dieser Ergebnisse Fanaktivitäten und kulturelle Veranstaltungen. Ein weiteres Beispiel ist, dass die Regierung 20 bis 30 Prozent eines riesigen 1 Milliarden Dollar Investitionsfonds sponsert, der darauf abzielt, die koreanische Popkultur auszubauen und zu exportieren. Wie ihr seht, kommt deren Erfolg also nicht von ungefähr. Und die Frage lautet, wozu eigentlich? Nun, eines der Ziele dieses starken Engagements war es, das internationale Image Südkoreas zu verbessern. Ein Land, das seit seiner Gründung im Jahr 1948 einen verheerenden Krieg und bis in den 90er Jahre eine Reihe von Militärdiktaturen erlebt hat. Diktaturen, unter denen es natürlich ständig zu Menschenrechtsverletzungen kam und daher eher zum negativen Image des Landes im Ausland beitrugen. Lange Zeit galt Südkorea als eine Art Megafabrik, die von Zertrappen und riesigen Familienkonzernen geführt und durch korrupte Politiker gestützt wurden. Wie ihr euch vorstellen könnt, war das nicht gerade die beste Visitenkarte. Und als die Demokratie in dem Land, das als das Land der Morgenstille bekannt ist, einzugehielt, mussten sich die Politiker nicht nur an die Arbeit machen, um die Institutionen zu säubern. Nein, sie mussten auch hart daran arbeiten, das Image des Landes im In- und Ausland zu verbessern. Und da habt ihr es. Der Bedarf war da, der Wille auch, also haben sie die Ärmel hochgekrempelt. Und wisst ihr was? Es gibt ein paar Fakten, die uns helfen können, den enormen Erfolg, den sie hatten, wirklich zu verstehen. Nach Angaben der Welttourismusorganisation ist die Zahl der Touristen in Südkorea zwischen 1995 und 2019, den letzten Daten vor der Pandemie, um 367% gestiegen, von etwa 3,75 Millionen auf fast 18 Millionen. Der Tourismus entwickelte sich also zu einer riesigen und völlig neuen Einnahmequelle. Eine weitere Tatsache, die den Einfluss dieses kulturellen Engagements zeigt, ist die Zahl der Menschen, die sich plötzlich dazu entschließen, die koreanische Sprache zu lernen. Dazu können wir uns zum Beispiel die Zahl der Schüler ansehen, die sich jedes Jahr zu offiziellen Prüfungen anmelden. Und die Zahl der Topic-Bewerber ist zwischen 1997 und 2019 um sagenhafte 14.000% gestiegen. Zum Vergleich, im Jahr 2019 gab es rund 400.000 Bewerber. Das ist rund viermal mehr als zum Beispiel bei den offiziellen Dänisch-Spanisch-Prüfungen. Also ein vorher schier unvorstellbarer Erfolg. Und vergessen wir nicht, dass koreanisch mit nur 80 Millionen Muttersprachlern weltweit eine Minderheitensprache ist, was diese Zahlen zu einem echten Meilenstein machen. Zum Vergleich sei auch angemerkt, dass Spanien jedes Jahr 170 Millionen Euro für das Cervantes-Institut ausgibt, im Wesentlichen für seinen Hauptsitz, seine Zweigstellen und seine Angestellten. Eine Institution, deren wichtigste Aufgabe darin besteht, die spanische Sprache in der Welt zu fördern. Und was soll ich sagen, die Daten sprechen eine deutliche Sprache. Südkoreas Engagement für private Unternehmen und wettbewerbsfähige Inhalte war eindeutig erfolgreicher. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die spanische Sprache weltweit die zweithöchste Anzahl an Muttersprachlern hat und allgemein viel, viel einflussreicher ist als koreanisch. Tatsache ist, dass all diese Auswirkungen natürlich eine riesige zusätzliche Einnahmequelle für die südkoreanische Wirtschaft darstellen. Und das ist noch nicht alles. Es ist auch eine Möglichkeit, das politische Image Südkoreas in der Welt zu fördern, was neben der Steigerung des Handels, des diplomatischen und politischen Ausbaus besonders wichtig sein könnte, wenn es zum Beispiel zu einem Konflikt mit Nordkorea kommt. Denn es ist klar, dass Dinge, die wir kennen und schätzen, für uns viel wichtiger sind. Es handelt sich um eine Strategie, die Länder wie Israel ebenfalls verfolgen. Ist euch zum Beispiel aufgefallen, dass es immer mehr israelische Inhalte auf Streaming-Plattformen gibt? Es lohnt sich durchaus, das zur Kenntnis zu nehmen. Es hat mehr Auswirkungen, als ihr vielleicht denkt. Seht euch zum Beispiel diese Nachricht an. V.D.A.s 4. Staffel bricht Zuschauerrekorde im Nahen Osten Netflix umstrittene Serie V.D.A. steht in arabischen Ländern ganz oben auf der Watchlist. V.D.A. ist eine Serie, die sich mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt beschäftigt. Eine auf Hebräisch produzierte Serie, die jetzt dazu beiträgt, das Bild dieses Konflikts in den arabischen Ländern zu verändern. Denn ja, genau dort ist sie extrem populär. Natürlich ist der Einsatz von Kultur nur ein Beispiel, aber es ist bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, ähnliche Ziele zu erreichen. Es gibt noch andere mögliche Strategien, die ein abgelegenes oder von der Bevölkerungszahl her relativ kleines Land zu einer einflussreichen Weltmacht machen können. Interessiert euch, worum es dabei geht? Dann passt jetzt gut auf! Die Macht des Scheckbuchs Abgesehen von Filmen, Fernsehserien und Musik, die zweifelsohne hervorragende Instrumente zur Verbesserung des Images eines Landes darstellen, gibt es in Wahrheit noch viel mehr. Ein außerordentlich deutliches Beispiel ist der Fall Katar. Und nein, keine Sorge, wir werden nicht noch einmal im Detail auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar eingehen, obwohl dieses Ereignis sicherlich sehr viel mit dem zu tun hat, worüber wir hier sprechen. Aber darüber haben wir bereits ein Video gedreht, ich werde es euch verlinken. Katar ist ein Beispiel für eine große politische Marketingkampagne und eine Wirtschaftskampagne. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres als das. Viele von euch werden wahrscheinlich schon wissen, dass Katar eine der größten Exporteure von Kohlenwasserstoffen auf der Welt ist. Das Land ist vor allem auf den Export von verflüssigten Erdgas spezialisiert, was es zu einem der reichsten Länder der Welt gemacht hat. Katar hat also Geld in Überfluss. Und wisst ihr was? Es gibt einen Weg, dieses Geld zu nutzen, um nicht nur profitabel zu sein, sondern auch Einfluss zu gewinnen. Wie wir euch bereits in der Vergangenheit berichtet haben, investiert das Emirat am persischen Golf einen großen Teil der Gewinne aus der Kohlenwasserstoffausbeutung über einen Staatsfonds namens Katar Investment Authority. Dieser Fonds verfügt über ein Vermögen von mehr als 450 Milliarden Dollar, was mehr als 150.000 Dollar pro Einwohner und mehr als 1 Million Dollar pro katarischen Staatsbürger entspricht. Der Großteil dieses Geldes, etwa 400 Milliarden Dollar, ist in 80 verschiedenen Ländern investiert, wobei das Vereinigte Königreich mit etwa 40 Milliarden Dollar die meisten katarischen Investitionen hat. Zum Beispiel besitzen die Kataris rund 12 Milliarden Dollar ein Immobilien in ganz Großbritannien. Außerdem ist dieser Fonds der größte Immobilienbesitzer in London und hat auch in Städten wie Paris und Washington DC beträchtliche Investitionen in Immobilien getätigt. Und die Wahrheit ist, dass diese Liste bis ins Unendliche fortgesetzt werden könnte. Aber natürlich reden wir nicht nur über Immobilien, wir reden vor allem über strategische Wetten. Katars Klauen reichen zum Beispiel auch in den Bereich der kritischen Infrastruktur. Das Land hat sehr viele Häfen- und Flüssiggastterminals im Rest der Welt gekauft, teilweise ganz, teilweise nur anteilig. Und der Fonds ist auch an vielen multinationalen Unternehmen beteiligt. Sie sind zum Beispiel einer der größten Aktionäre der Volkswagen-Gruppe. Die Kontrolle über diese Infrastruktur und die Beteiligung an vielen großen Unternehmen gibt der katarischen Regierung einen enormen Einfluss auf den gesamten Planeten. Aber wartet einen Moment, denn das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Das Geld aus Katar hat auch noch andere, alternative Verwendungszwecke. In ihrem Streben nach politischem und sozialem Einfluss haben sie viel in die Welt des Sports investiert. Wie ihr sicher alle wisst, ist Katar Eigentümer des Fußballvereins Paris Saint-Germain. Er ist momentan ihr bekanntestes Aushängeschild. Und jetzt wollen sie auch noch die Kontrolle über Manchester United übernehmen. Auch der führende Fernsehsender der arabischen Welt, Al Jazeera, ist ein katarischer Sender. Mit anderen Worten, Katar setzt Öl- und Gasgelder ein, um nicht nur Gewinn zu erzielen, sondern auch politischen und wirtschaftlichen Einfluss zu gewinnen. Sie kontrollieren riesige Medien, große Fußballvereine, wichtige Infrastruktur und halten große Anteile in einigen der wichtigsten multinationalen Unternehmen der Welt. Die Kataris werden immer an der Haustür willkommen geheißen, obwohl das Land nur 2,7 Millionen Einwohner hat, von denen nur etwas mehr als 300.000 vollwertige Staatsbürger sind. Es handelt sich um einen außergewöhnlichen Einsatz von Geld, um nicht nur Rentabilität, sondern auch Softpower zu erreichen. Doha ist zu einer der großen politischen Hauptstädte der arabischen Welt geworden und das Scheckbuch hat dabei eine Schlüsselrolle gespielt. Ganz nebenbei bemerkt hat das katarische Geld auch dazu beigetragen, die Verbrüderung mit der Türkei zu fördern. Und ja, es stimmt, dass Katar auch viele Aktionen rein politischer Natur entwickelt hat, wie zum Beispiel die Unterstützung der Muslimbrüder oder militärischer Natur, wie zum Beispiel die Überlassung der größten Militärbasis im Nahen Osten an die USA. Aber die Wahrheit ist, dass das Scheckbuch die zentrale Rolle dabei gespielt hat, Doha viel wichtiger und einflussreicher zu machen als zum Beispiel Kuwait, ein potenziell noch reicheres Land. Sagen wir einfach, dass es ein weiterer Schlüssel zur Softpower ist, die vorhandenen Ressourcen zu nutzen, um Einfluss zu gewinnen. Es mag euch offensichtlich erscheinen, aber tatsächlich ist es gar nicht so üblich, wie man meinen könnte. Doch bevor wir dieses Video beenden, können wir nicht übersehen, dass es neben dem Einsatz von Kultur und Geld noch einen dritten Weg gibt, der relativ kleinen Länder zur Verfügung steht, um zu politischen Großmächten zu werden. Ahnt ihr schon, worauf ich hinaus will? Nun passt jetzt gut auf! Könige der Herzen Eine weitere Möglichkeit, mit den mächtigsten Mächten der Welt zu konkurrieren, besteht darin, sich für gerechte Anliegen und politische Projekte stark zu machen. Um euch das zu erklären, wollen wir uns zwei sehr unterschiedliche Beispiele ansehen. Kanada und Kuba. Wir sprechen über zwei Länder, die in völlig unterschiedlichen geopolitischen Bereichen spielen, denen es aber beiden gelungen ist, ihre Stärken auszunutzen, um regionale und sogar internationale Bedeutung zu erlangen. Nun stellt sich die Frage, wie haben sie das geschafft? Nun, Kanada zum Beispiel hat es geschafft, ein Vorreiter für Bürgerrechte und Umweltschutz zu werden. Kanada ist zum Beispiel eines der Länder, die die UN-Erklärung über die Rechte indigene Völker am ernstesten genommen haben. Und ja, ich weiß, was ihr denkt, das klingt alles schön und gut, aber kann man damit wirklich internationalen Einfluss gewinnen? Nun, die Wahrheit ist, ja. Es kann sich um eines der wichtigsten Instrumente handeln, um Einfluss zu gewinnen und Kanada ist ein gutes Beispiel dafür. Das nach Bevölkerungszahl eher kleine nordamerikanische Land war in den letzten Jahrzehnten einer der wichtigsten Förderer internationaler Verträge. So gibt es zum Beispiel den 1997 unterzeichneten Ottawa-Vertrag, der das Verbot von Antipersonenminen zum Ziel hat. Oder das Montrealer Protokoll von 1987, das Richtlinien für die Reduzierung des Einsatzes von FCKWs zum Schutz der Ozonschicht festlegt. Polen, viele von euch mögen all diese Dinge für irrelevant halten, aber die Wahrheit ist, dass sie alle dazu beitragen, die Marke eines Landes aufzubauen und seinen internationalen Einfluss zu erhöhen. Seht es doch mal so, jeder möchte den beliebtesten Schüler in der Klasse nahe sein. Und das ist etwas, das Regierungen, Unternehmen, Investitionen, Produkte und Fachkräfte betrifft. Es ist gewissermaßen die Marketing-Kampagne des Lebens, die auf Länder angewandt wird. Aber was ist mit Kuba? Warum haben wir ein so verarmtes Land in dieses Video aufgenommen, wo es doch eine kommunistische Diktatur ist? Auch wenn es widersprüchlich erscheinen mag, ist genau das der Punkt. Ein so armes Land wie Kuba, das weder ein immenses Investmentportfolio, noch bedeutende Unternehmen, noch eine moderne Armee, noch sonst irgendwas hat, hat es trotzdem geschafft, zu einem der einflussreichsten Länder Amerikas zu werden. Aber wie haben die Kubaner das erreicht? Nun, indem sie auf politische Strategien zurückgriffen. In einem früheren Video hier auf Sozialpolitik haben wir zum Beispiel gezeigt, wie sie dazu Ärzte eingesetzt haben. Aber das ist nur ein Beispiel. Kuba geht noch viel weiter und wenn sich die Insel durch irgendwas auszeichnet, dann durch den intensiven Einsatz der populistischen Strategie, die wir als die unterworfenen Länder gegen die USA und Europa zusammenfassen können. Also die armen, unterdrückten Länder, die gegen die imperialistischen und ausbeuterischen Mächte USA und Europa aufbegehren. Dieser Diskurs hat sich in vielen lateinamerikanischen Ländern schon oft durchgesetzt, wie zum Beispiel in Venezuela, wo es den Kubanern zuerst gelungen ist, mit Hugo Chavest eine Marionettendiktatur zu errichten. Und als nächsten genialen Schritt konnten sie mit Venezuelas Ölgeld ihre eigene Revolution im restlichen Lateinamerika finanzieren. Tja, das Konzept scheint wirklich brillant zu sein. Sicherlich, moralisch verwerflich, aber brillant. Überall auf dem Kontinent hat Kuba politische Parteien, soziale Interessengruppen und sogar institutionelle Foren in das bekannte Forum von Sao Paulo gefördert. Räume, aus denen Politiker wie Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega und Manuel Celaya hervorgegangen sind. Die Idee, auf der der kubanische Einfluss in Lateinamerika beruhte, war ganz pragmatisch. Das Castro-Regime erkannte, dass die Linke in Lateinamerika keinen Erfolg haben würde, wenn sie nicht, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, die alten Dogmen ablegte. Dogmen wie die Abschaffung des Privateigentums oder die Errichtung proletarischer Diktaturen. Aber abgesehen von der rein ideologischen Frage, welches Interesse könnte Kuba daran haben, seine Revolution zu exportieren? Nun, für viele Analysten besteht das Hauptziel darin, die Existenz des kubanischen Regimes zu sichern. Mit dem Untergang der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre und der daraus resultierenden schweren wirtschaftlichen und sozialen Krise in dem karibischen Land erkannten die Castros, dass sie ein internationales Unterstützungsnetzwerk brauchten. Alleine gegen die Vereinigten Staaten zu stehen, versprach nur wenig Erfolg. Dieses Netzwerk von Unterstützern musste in Lateinamerika entstehen, in Ländern, die nahe beieinander liegen, dieselbe Sprache sprechen und mehr oder weniger dieselbe Kultur teilen. Und wisst ihr was? Es hat sich wirklich gelohnt. Und Nachrichten wie diese sind der Beweis dafür, wie ein kleines, rückständiges und verarmtes Land enormen internationalen Einfluss erlangen kann. 50% des von Venezuela produzierten Benzins wird nach Kuba geliefert, sagt ein Gewerkschaftsführer aus diesem Land. Nur 10% des produzierten Benzins erreicht die Bevölkerung. Wie ihr seht, gibt es viele Möglichkeiten, globalen Einfluss zu erlangen, auch wenn man ein relativ kleines Land auf der internationalen Bühne ist. Von Südkoreas kulturellen Inhalten bis zu Kubas revolutionärer Politik, von Katars makroökonomischen Investitionen bis zu Kanadas Philanthropie. Klar ist, dass praktisch jedes Land zu einer geopolitischen Macht werden kann, wenn es nur ein wenig Kreativität und gut vermarktbare globale Visionen entwickelt. Und keine Frage, alle Länder, die wir in diesem Video gesehen haben, haben mit dieser Art von Strategie große Erfolge erzielt. Es handelt sich also um keine triviale oder vernachlässigbare Angelegenheit. Aber an diesem Punkt angelangt seid erst mal ihr an der Reihe. Glaubt ihr, dass euer Land dem Beispiel eines dieser Länder folgen könnte, um mehr internationale Präsenz zu zeigen? Glaubt ihr, dass diese Art von Anziehungskraft auf Dauer anhalten kann? Oder betrachtet ihr Softpower eher als flüchtig und unzuverlässig? Wie immer sind wir auf eure Diskussionen zu diesem Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und diskutiert es mit ihnen. Vergesst bitte auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, unbedingt mit Glöckchen, um keines unserer zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit uns in dieses Projekt weiterzuführen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald!